Willkommen zurück bei meinem Baba is You durchspielen und dieses mal sogar mit In-Game-Sounds. Wir machen genau da weiter, wo wir aufgehört haben, weil ich habe natürlich nicht ohne euch weiter gespielt. Das wäre ja voll frech. Aber einmal noch den Timer starten nicht, dass ich wieder ein zu langes Video mache. So, wir waren hier. Ja, dann gucken wir mal, was das nächste Level ist. The Lake. Achso, das ist eine neue Karte. Cool. Icy Waters. Baba is You and Sink. Okay. Was heißt, dass ich Sink bin? Dann sollte doch Wasser mich töten. Okay. Gut zufessen. Und wenn ich nicht Sink bin? Das sieht nach Quallen aus. Aber hier steht nirgends das Quallen. Irgendwas tut doch da. Jelly is Sink. Dann bin ich weg. Hm. 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 Und wenn ich Papa und Wolken... Dann bin ich weg, okay. 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 Also ich habe ein loses Wall, damit werde ich irgendwas tun müssen. Aber ich habe keinen Bewegungsfreiraum irgendwie für die Spielregeln, die da so rumliegen. Dann bin ich weg, okay. Dann bin ich weg, okay. Dann bin ich weg, okay. What to do, what to do. Dann bin ich weg, okay. Das gute alte Denkusten. Dann bin ich weg, okay. Dann bin ich weg, okay. Geht das? Oh, wobei, dann ist ja einfach nur die Flagge eine Wand. Ähm. 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 Dann bin ich weg. Dann bin ich weg. Dann bin ich weg, okay. Dann bin ich weg, okay. Dann bin ich weg. Ich hab das gesehen. Wenn ich das Wandstück in die Jellies reinschiebe... Oh, okay, so einfach hätte es sein können. Level 2 Lake. Turnt. Rock ist Push, Start ist... äh, Star ist Sink. End. Hm. Crap. Aber ist süß, geiles Defeat. Wall ist Stop. Black ist Win. Ein Rock Push & Sink. Kann ich den dann in eine Wand schieben und die Wand kaputt machen? Nö. Hm. Hätt ich auch sein können. Ich hab das vor. Ich hab das vor. Ich hab das vor. Ich hab den Tod ins Gesicht. Hm. Hm. Moment. Ich hab den anderen Stein zurück. Ich hab das vor. Ich hab das vor. Ich hab das vor. Ich hab das vor. Ja, das geht. Ja, das geht. aber meine Uhr sagt zwölf Minuten schon ich probier's und wenn nicht, muss ich irgendwo zwischendurch etwas auf die Tube drücken und vorspulen Kiki ist Move Kiki? Wer ist Kiki? Oh, das ist ein Kiki Love is Push Love is Win Algi is Death Moment, dann kann ich doch das Move von Kiki zum Herzchen bewegen und darauf warten, dass das Herz sich daraus bewegt So, und jetzt kann ich einsammeln Haha, das ging ja schnell Also hat das geklappt mit noch einem Level Okay, damit das nicht wieder ein Zweiteiler auf YouTube werden muss, weil YouTube doof ist muss ich jetzt hier an dieser Stelle Schluss machen und sage danke fürs Zuschauen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal Doof, dass ich nur drei Level geschafft habe weil ich beim ersten so doof war Kann man nicht ändern Ciao, ciao